Die Philosophie, immer Naturfasern in der Natur zu verwenden, das war einfach von Anfang an da. Vor ca. 30 Jahren habe ich angefangen, bin über Wärmedämmung aus Schafwolle zum Filz gekommen und dann in der Folge zum Loden. Das hat sich auch genauso von Anfang an ergeben, dass vielseitig solche Produkte angewendet werden können. Maßarbeit statt Massenfertigung und dann noch hergestellt bei uns in Deutschland. Das gefällt dem Kunden und das macht dann auch Spaß. Bisher war es ja immer so, dass Loden so ein bisschen Image hat, Altbacken und so. Aber die jungen Leute kommen immer mehr und sind begeistert, weil man viel in der Natur ist und weil das einfach besser passt. Ganz gleich, ob in Stadt oder Natur, z.B. beim Wandern, Reiten, Fischen oder bei der Jagd. Filz und Loden sind so vielseitig einsetzbar, es ist einfach unglaublich. Und was man bei unseren Produkten verstehen muss, man kauft das einmal und das hält eine sehr lange Zeit. Das ist eine Nachhaltigkeit, die kein anderes Material bieten kann. Das ist eine Nachhaltigkeit. Das ist eine Nachhaltigkeit. Das ist eine Nachhaltigkeit. Die Hubertus Filz und Loden Manufaktur oder wie wir sagen Hubertus Loden steht für 100% Natur, 100% Liebe zum Detail, 100% Nachhaltigkeit und 100% Leidenschaft. Das ist unser Anspruch und so wird es immer bleiben. Das ist unser Anspruch, wenn du siehst. Kohlekau lobst und so wird es nicht im openen Jahren wieder. Das ist unser Anspruch. Was ist unser Anspruch. Wir haben die ganze Zeit immer noch nicht im Airporten zugänglich. Dann sind die Leiden von Herzen.